hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge ls 19 hier aus dem studio mein name ist master schüler und wir sind beim reiten mit chaos reiten wir das chaos was machen wir nicht okay muss ich da erst die ablenkung fragen ja was wollte ich denn jetzt irgendwas hatte ich ihm kann hatte ich die idee erzählen wollte games kommen wir ja letzte folge so ein bisschen angerissen da musst du da noch ein bisschen nachgucken weil du keine zeit dafür hattest ich persönlich habe sonst aber auch auf der games kommen so nichts großartig mitgekriegt also so von dem was von der berichterstattung was mich interessieren würde es gibt einen nachfolger von fishing barensee dann ist man im nordatlantik unterwegs und die karte ist dann halt immer ein x-faches größer soll über 200 noch mal 300 kilometer groß sein 32 x 32 also ne das ist schon ordentlich viel größer und soll dann halt im kanadischen gewässer stattfinden irgendwie also kanadische gewässer sein harpoon fischen soll mit reinkommen für thunfische und ähnlichem okay das klingt erstmal interessant muss mal gucken wie interessant das wirklich wird also das interessiert mich auch weil fishing barensee habe ich ja auch ganz gerne gespielt also vor allem hat mir ein bisschen diese mini games haben mir gefallen das ist so mini games im spiel hat es also wenn jetzt die fische du musst es dann halt eben bestimmte tasten drücken oder sowas damit er dann halt einen fangen optimiert so dass er besser ist oder so die wachsen waren nicht so schön aber es war sehr gerade geschaut wir haben nur schwarzinge wo hast du mal geschaut jetzt am handy hört ja achso ja musste kann auch sein dass die map halt nicht im motto ist sondern ich bin ich dem motto dann guckt auch mal burning gamers einfach mal auf den youtube kanal glaube die heißt irgendwas mit schrödingen haben wir vielleicht habe ich nicht auch verlesen kann ja möglich sein running game burning gamers kennt sie gar nicht war nicht allzu viele naja ja die sind auch bekannt dafür so heute 100.000 oder 100.000 auch schon zusammen und halt ls also ich kenne sie jetzt durch in sachsen und durch durch manus also weil sie beim sachsen halt bei so projekten mit der gemacht haben und das ist ja noch so schön ja was man noch was mich so passiert farmers dynasty die machen ein spiel das haben sie so am rand ein bisschen kurz erwähnt aber nicht richtig vorgestellt da gab es dann auch bloß so von dem vom entwicklerstudio so ein paar fetzen von gameplay zu sehen wo halt nichts zusammenhängendes war weil es dann noch so früh im stadion ist das nennt sich medieval dynasty das heißt du musst dann im mittelalter quasi so ein bisschen überleben im dorf ich denke mal das ist so ein bisschen wie life is usual in die richtung geht und soll wohl dem nächsten lumberjack dynasty geben da bist du halten holzfäller lamberjack dynasty soll noch auf der alten engine beruhen deswegen würde ich da eher sagen finger davon lassen weil ja gut also ich meine ja ja landwirtschafts hier dieses farmers dynasty ging ja eigentlich ganz gut aber hatte eben auch viele schwachstellen ja ich bin rückweg wie gesagt also was mich jetzt am meisten noch quasi was in die richtung ja geht vom rückweg also fallangst hier also gut ja ja wir müssen noch eine nacht müssen wir noch ja also einmal übernachten müssen wir noch du kannst das spulen kann ich in hochdrehen ich drehe mal spulen hoch damit wir dann so ein bisschen an den tag noch durchkommen damit wir dann abends noch einmal die viecher machen mit wasser und 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 ähnliches du kannst aber an den pferden mal gucken wie das jetzt mit dem stroh aussieht aber ich weiß nicht ob das jetzt den ganzen tag durchhält der strom noch eine nacht wer jetzt nicht ganz ja gut das ist das ist auch aber von einer von der gamescom alter logistik simulator haben jetzt auf der gamescom wieder gesehen das ist sozusagen ja keine ahnung braucht man glaube ich auch nicht mehr also man sieht ja schon an on the road wie stark da das verlangen danach ist neben ats und ets ein einer ja ordentlich rund wie viel stroh viel dann über 50 prozent maximal weiß ich was ein maximum ist 1700 liter sind noch drin ja gut du hast ja von dem 13 müssen wir wir haben wir jetzt noch im lager muss nicht das lager da oben da ist das weizen drin ja so die pferde müssten alle fertig sein jetzt wir sind mal lecken in der liste wer ist nicht mehr eine liste ach so ja hühner brauchen unbedingt weizen bestellt baubarkeit ist gesundheit auch 126 liter was ist der wieder voll aber wir haben wieder kein keine rolle die ganze zeit man diese keine wolle da ist was faul definitiv ja wenn ich dann werden wir da auf den anderen spielstand gehen und ich finde es cooler wenn wir hier weiter bleiben könnten und die felder hier so behetten und so und wie ist jetzt die karte finde ich so billig wieso bist du sonnig ja ja na gut wenn du meinst hier mein hund füttern kostet das dann nicht geld wenn man den hund füttert ja um 18 mal kurz langsamer dann kannst du ja noch mal kurz gucken guck mal das andere feld an hast du beide felder mal mit dem keeper durch die beide gleiche ja super ja 67 ja wir hoffen dass das wetter einigermaßen stabil bleibt nicht dass wir morgen regen haben bedeckt dass es morgen abends wird es regnen das geht aber dann aber weizen brauche ich vielleicht hoffnungspotential brauche ich ne hühner weizen äh oder gerstle ja kannst beides nehmen weizen machen wir weniger ja macht ja nix ja weil du nicht alles reinkriegen ja ja du wirst das unbedingt alles reinkriegen ja ja du wirst das unbedingt alles reinkriegen ja es gab keine abdeckse über äh nachfragen seit gefeiligem ja das können wir jetzt können wir sonst nicht verkaufen aber nichts dafür ja 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 das ist die ballen irgendwas ist hier in der ecke wo es so richtig in die ferns geht ich weiß nicht was es ist ja das sind es auch nicht ich werde kein noch was wir wollen gucken also weiß echt nicht was es ist hier ist dann so dermaßen irgendwie also hier ist so richtig schlimm wenn ich hier so rum schwenke dann das sieht ja richtig schrecklich aus richterlich hm nun gut dann ist es so was hast du jetzt nach so großen länge hast du da hingegangen welchen soll ich sonst nehmen ja jetzt soll den hw80 nehmen können ja jetzt soll den hw80 nehmen können eben mit dieser achse nein ok und wie viel hast du jetzt reingekriegt war nicht hier oder 1000 l so jetzt liegt ja schon die dritte box rum das ist immerhin schon mal was hier bei den eiern ähm dann mache ich schnell die scharfe noch sauber die ist nicht warm dass dabei die scharfe nicht funktioniert oder die scharfe noch mal hier hinten das gras so rum liegt das aber der scharfe auch nicht weniger der auch für deine kleine jenny verstehe ich nicht warum verschwindet ein gras bei jetzt ist ein ganz weg was der gras bei beide beinen weg schlechter aber ein scherz also strohballen können nicht verschwinden dass das geht das geht aber was wir sollen das tauchsten strohballen und der verschwinden blutzen weil nach einem tag ist das ja mal komplett so wie weit bist du ich bin jetzt da wirst du nicht langsam weil es ist schaffst du noch mal bei den tieren was gemacht ich habe die schafe habe ich gerade noch geputzt ich denke mal jetzt sollte hier wasser haben sie genug haben sie auch noch genug in 0,0 jahren gibt es neue schafe müssen gucken ob wir 80 schafe haben auch wenn sie verkaufen lassen und extreme 8 wird sich mit dem kopf die auto die wir sehen dass sie am besten nicht 70 71 72 1 75 ja wir haben junge schafe 1 2 3 4 5 5 jungen Schafe haben wir schon, die jeweils 5 Kilogramm. Wie viele Schafe passen ein Teil? 80. 80. Wie viele haben wir jetzt? 76 nach meiner Zählung. Also ich habe anscheinend 71 gekauft anstatt 70. Ich dachte, ich kaufe nur 70 hier unten. Ich sollte dem zuerst abdrehen, wenn ich am Parkplatz bin. Also da können wir jetzt, keine Ahnung, da können wir jetzt ein paar Schafe verkaufen und dann ist auch gut, aber naja. So, wollen wir ins Bettchen gehen? Jo. Uff. Gehen wir geduckt hin. Das muss auch so gehen. So, schlafen. Ja. Die Blätter werden braun und fallen ab und es wird kälter. Der Herbst ist da. Ernte deine Felder ab, bevor sie im Winter kommt. Okay. Winter is coming. 8300 haben wir durch den Mietstall gemacht. 5000 Mieten und 1000... Jo, das ist gut. Wir haben wieder ein bisschen Geld gemacht. Wir haben wieder ein bisschen was Positives auf der Kante. Gut. Dann geht jetzt das große Ernten los, würde ich sagen. Ähm, ja. Was ernten wir als erstes? Thüringer Agrartechnik, Lego Arm, Quattro T40. Äh, 83% Wachstum. Was? Hafer hat 83% Wachstum. Dann können wir ja noch gar nicht ernten. Nein. Das ist ja gar nicht mal so schön. Nein. Ich dachte wir können jetzt endlich ernten. Irgendwer bellt schon wieder. Wir müssen mal gucken wegen den Schafen, wieviel junge Schafen wir haben. Vielleicht können wir ein paar alte verkaufen. Eures Feld auch 83. Hm. Hallo. Ich weiß nicht was die... Na du? Machst du hier einfach so einen Weizen? Ein Bett im Kornfeld, das ist immer frei. Gras ist zu 67. Ah ja. Ja, dann werden wir wieder Pferde ausreiten. Ja, das müssen wir auf jeden Fall. Ähm, aber wir gucken jetzt ganz kurz erstmal nochmal kurz im Schafstall. Äh, oder wir gucken mal ganz kurz in die Tierliste. Wie viele junge Schafe wir haben. Da sind jetzt, äh... Oh. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun... Zehn junge Schafe sind da. Also könnten wir jetzt so durchaus mal ein paar verkaufen. Äh, von den alten. Also ich wollte eigentlich nicht auf Schafzucht gehen. Eigentlich wollte ich mit den Merinos auf Wolle gehen, aber... Du kannst sie ja mal... Wie viel? 292. Und Gebühren musst du auch noch bezahlen, oder nicht? 293. Ja, 100 Dollar Gebühren. Für wie viel haben wir es denn damals gekauft? Ah, hier drüben steht es ja. Mirino für 350 ungefähr. Plus 100 Dollar Gebühr. Wir wollten ja eine Wolle machen eigentlich. Ja, aber es kommt keine Wolle. Ja gut, wir haben ja junge Schafe dazugekriegt. Hier unten 217 bringen ja die... Ja, es kommt keine Wolle, ne? Warum kommt keine Wolle? Das ist mir auch schleierhaft. Ja, der hat uns aber auch nicht gesagt, dass der Trigger voll steht. Nicht, dass wir nur einfach die Dinger nicht sehen, die hier stehen. Man rennt doch irgendwo gegen, also von daher... Das ist schwierig. Hm. Ja gut, wir würden pro Tier jetzt so 100 Dollar kriegen. Aber auf unser Konto, dann würden wir jetzt 10 verkaufen, aber... Wir kriegen ja jetzt keine weiteren Neuen dazu, oder? Müsst du doch eigentlich das Kinder kriegen. Doch, hier sind noch nächstes Tier 0,0 Jahre, also... Wir haben da 0,4 Jahre, also es würden trotzdem welche dazukommen. Das Problem ist, wenn du die Schafe verkaufst, weißt du nicht, welche das sind, die gerade schwanger sind. Nicht fruchtbar. Ach ja, guck mal, wir haben ein... Ein Merino, was nicht fruchtbar ist. Das sollten wir kaufen. Tiere brauchen immer Wasser, benötigen wir so eine Futterstelle stellen, bla 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 bla. Äh... Benötigen für diesen Tag... Was du benötigst für diesen Trog, 81.900 Liter Futter, damit die Tiere die nächsten Jahre gefüttert sind. Okay. Wieso, es geht doch auch kaum Gras und Heu runter, es sind immer noch 13.000 Liter da drin. Auf jeden Fall ist es mit den Schafen kaputt. Achte mal drauf, ob die morgen... Wir können hier das mal zwischen den Folgen testen. Was willst du da testen? Was willst du da testen? Ja... Der Strohball den Fisch. Ja, die Ernte wollte ich jetzt hier nur schon einmal nochmal mitmachen. Ja, können wir ja dann. Wissen wir. Ja, das ist kaputt. Also, bin ich fest von überzeugt mittlerweile. Also, wir können ja mal morgen gucken, wie viel Gras noch bei den Schafen drin sind, wenn die Schafe kein Gras fressen. Fressen kein Gras. Aber geht nie was. Wir haben dann noch nie was nach... Und der sagt uns, wir sollten 89.000 für 12 Tage haben. Heißt, sie müssten ja dann pro Tag... Also... Mindestens 6.000, 7.000 Gras rausfressen. Und dann liegen 13.000 drin. Das müssen ja zwei Tage leer sein. Ja... Also, die einzelnen Viecher, die wirklich was fressen, sind eigentlich... Ich weiß noch nicht, ob die Pferde irgendwas fressen. Das sieht man auch so aus, als wenn das nicht weniger wird. Ja, die haben nur Strohnotstand. Das ist das einzige. Und ansonsten... Wofür bist du? Neuen Spielstand auf dieser Karte machen? Mit unseren Feldern wieder? Oder Kartenwechsel? Ich würde vielleicht wenklären Kartenwechsel machen. Weil? Ja, weil dann... Haben wir die Karte hier wechseln? Ja. Ja gut. Aber andere Begründungen hast du nicht, weil wir in keinen Wechsel dabei. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Nein. Andere Begründungen... Hm. So dann komplett neuen Spielstand anfangen oder sagen... Okay, wir haben jetzt... Wir können uns hier zusammenrechnen, was wir uns hier erwirtschaftet haben. Also... Da kommen ja ein paar hunderttausende oder paar Millionen zusammen. Grob mit Pi mal nehmen wir da ein Fensterkreuz. Müssten wir ja so ungefähr drei Millionen Wert haben hier. Und die dann mitnehmen und dann sagen, okay, mit drei Millionen fangen wir an. Und haben dann zwei Felder ungefähr gleicher Größe und... So ein Pferdestall, Hühnerstall und Schafstall. Ja. Also ziehen quasi mit unserem Hof einfach auf eine andere Karte. Ja genau. Hm. Welche Karte wirdst du vorschlagen? Tiroler Alpenland. Nun nochmal ernsthaft? Muss ich schon. Ich hab mir... Es waren ein paar schöne dabei. Das heißt, die Aufnahme ist ja schon beenden wir jetzt. Ja. Hast du in der Woche Zeit? Ja. Mann. Immer außer Freitag. Immer außer Freitag. Das heißt, wir könnten uns jetzt quasi hinsetzen und in der Zeit wir die Folgen hochladen. Auf meinem anderen Spielstand gucken, ob ein Strohbein verschwindet, was die Schafe machen. Dann können wir uns ja unendlich Geld erstmal reinschaufeln. Gucken, was die Schafe machen und ein ähnliches, ja? Ob die was verbrauchen und sonst irgendwas vergleichen. Also wir denen wären wir dann einmal Vorspulen noch einen Tag hier. Also ich würde jetzt nicht speichern und kopieren. Dann spule ich hier nochmal einen Tag vor oder... Ach, weiß ich auch nicht. Ja. Ja. Ja, theoretisch müssten wir in ein paar Stunden müsste der ja... Schreibt hier mal... Warte mal. 13.551. So. Äh... Ja. Ja, ist scheißegal. Wir beenden jetzt erstmal an dieser Stelle. Also, ob wir auf einer anderen Karte wieder kommen, ob wir auf einer neuen Karte sind, ob wir hier noch weiterspielen, ob wir diesen Spielstand irgendwie doch noch weiterspielen. Das werden wir dann sehen. Also momentan sind wir da ein bisschen ratlos. Also, ich glaube der... Dezente Hinweis, ich glaube im Livestream haben wir den gekriegt oder unter dem ersten Video, wo wir gespielt haben, wo gesagt wurde, das funktioniert nicht. Das war im Livestream, ne? Hat das schon jemand gesagt? Ich glaube, ja. Wo wir den das Vorspulen gemacht haben, dass das nicht funktioniert. Ähm... Ja, ich nehme mal einfach an, weil wir die Gebäude vielleicht nicht... Ich hätte die Gebäude wohl neu setzen müssen oder so. Dass dann da... Dass die Träger von den ganzen Gebäuden quasi mit dem Seasons-Mod zusammen verheiratet sind. Schätze ich mal einfach. Aber warum die Ballen verschwinden, weiß ja auch keine Sau. Das probieren wir jetzt erstmal im anderen Spielstand aus. Okay, also... Das war eine Runde LS19 hier auf Steel Game Studio. Das war vielleicht die letzte Ravenport. Wir werden uns auf jeden Fall melden zu dem Thema. Ähm... Also spätestens morgen werdet ihr sehen, wozu wir uns entschieden haben. Falls wir... Naja, wir werden ja wahrscheinlich dann... Ne... Also wenn neue Karte sind wir auf einer neuen Karte. Wenn nicht, sind wir nochmal hier. Oder wenn... Kann auch sein, dass wir einen neuen Spielstand auf dieser Karte anfangen. Und dann das soweit vorspulen, dass wir das mit den Feldern soweit haben. Äh... Dass wir dann auch ernten können oder so. Ne? Das ist ja dann kein Problem. Das kann man ja dann machen. Dann kann man ja mal durchspulen und dann ist gut. Alles klar. Bis dahin. Ich bin ein bisschen frustriert gerade, beziehungsweise ein bisschen traurig. Ja... Ist klar. Ja... Na gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.